Unter Sankt Veit ist ein Bezirksteil des 13. Wiener Gemeindebezirks Hitzing und eine der 89 Wiener Katastralgemeinden. Geschichte Das Gebiet von Unter Sankt Veit gehörte bis 1867 zur Gemeinde Sankt Veit an der Wien, die im späteren Obersankt Veit ihr Zentrum hatte. Sankt Veit litt im 15. Jahrhundert unter den Truppen des Matthias Corvinus und wurde während der Wiener Türkenbelagerungen verwüstet. 1803 ließ die Erzdiözese Wien als Grundherrschaft, um höhere Einnahmen zu erzielen, in den Feldern und Wiesen 100 Bauparzellen abstecken. Das Neudörfel wurde im Bereich der heutigen Feldmühlgasse bei der heutigen Hitzinger Hauptstraße, die bis 1894 in diesem Abschnitt Sankt Veitergasse bzw. Straße in Obersankt Veit Theresiengasse bzw. Maria Theresienstraße und nur in Alt Jitzing Hauptstraße genannt wurde, angelegt und ist der historische Kern unter Sankt Veits. Die Siedlung wurde bald so genannt, um sie vom Berg auf bzw. in Bezug auf den Wienfluss flussaufwärts gelegenen Ortskern von Sankt Veit nunmehr Obersankt Veit unterscheiden zu können. 1849 wurden die Grundherrschaften in Österreich aufgehoben. Dominierte in Obersankt Veit die Landwirtschaft mit weithin bekannten Malreihen, so siedelten sich in Untersankt Veit vor allem Gewerbe- und Handwerkstreibende an. Dies bewirkte, dass die Interessen der Ober- und der Untersankt Veiter oft weit auseinanderlagen und es in der Gemeinde öfter zu Streit zwischen den beiden Orten kam. Beide Orte waren daher an der Trennung interessiert, die auf Antrag des niederösterreichischen Landtags mit allerhöchster Entschließung Kaiser Franz Josefsch der erste Punkt vom 2. Oktober 1867 genehmigt wurde. Grenzstreitigkeiten der beiden Orte um steuerzahlende Betriebe erforderten die Entscheidung des Innenministers vom 1. November 1869 über die Abmarkung der Grenzen zwischen beiden Gemeinden. Nach ihrer Durchführung wurde die kaiserliche Entscheidung mit Kundmachung des K. K. Stadthalters in Niederösterreich vom 28. März 1870 zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Das Untersankt Veiter Gemeindehaus eine Schenkung aus dem Jahr 1885 befand sich an der Adresse Aurohofstraße 47. Nach 20 Jahren der Autonomie wurde Untersankt Veit mit niederösterreichischem Gesetz vom 19. Dezember 1890 in die Stadt Wien eingemeindet. Das neue magistratische Bezirksamt für den 13. Bezirk nahm seine Tätigkeit am 1. Jänner 1892 in der Wattmanngasse 12 in Alt-Hietzing auf. Seit 15. Oktober 1938 liegt unter St. Veit an der nördlichen Bezirksgrenze. Da das jenseits des Wienflusses engrenzende Baumgarten im Zuge der Schaffung von NS-Groß Wien damals Teil des 914 Bezirks wurde, von 1945 bis 1955 befand sich unter St. Veit im britischen Sektor Wiens. Grenzen, abweichend von den Grenzen der Katastralgemeinde unter St. Veit, die das Grundbuch gliedern, wird heute das Gebiet von unter St. Veit etwa folgendermaßen begrenzt. Norden, rechtes, südliches Wienflussufer von der Mantlergasse im Westen bis zur Flegasse im Osten. Osten, Flegasse, Hietzinger Hauptstraße, Elzlergasse, Süden, Beckgasse, Mühlbachergasse, Stadlergasse. Westen, Mantlergasse, Hietzinger Hauptstraße, Hummelgasse bis Stadlergasse. Verkehr, Verbindungsbahn das erste Schienenverkehrsmittel, das unter St. Veit erreichte, konnte kaum Bedeutung für den Stadtverkehr erreichen. Es war die 1860 erbaute Verbindungsbahn, heute südlich der Hietzinger Hauptstraße, die fiktive Grenze zwischen Unter- und Ober-Sankt Veit. Sie verbindet die Stationen Wien-Hütteldorf und Wien-Penzing an der Westbahn mit dem Bahnhof Wien-Meitling an der Südbahn und mit der Donauländebahn. Die Station St. Veit an der Wien befand sich nördlich der St. Veiter Straße, der späteren Hietzinger Hauptstraße. Die seit 1. Juni 1989 auf der Strecke verkehrenden Schnellbahnzüge haben derzeit keine Haltestelle in unter St. Veit, wohl aber im südlich anschließenden Bezirk Steilspeising. Der Leinsaertunnel wurde nach langer Bauzeit am 9. Dezember 2012 fahrplanmäßig in Betrieb genommen, der bis dahin starke Güterverkehr auf der Verbindungsbahn wurde nun in den Tunnel verlegt. Bis Dezember 2015 auch der Röpbebe-Fernverkehr der Westbahn, der nunmehr zum neuen Wiener Hauptbahnhof führt. Für die Verbindungsbahn ist eine S-Bahn-Station bei der Hietzinger Hauptstraße im Gespräch, Finanzierungszusagen und Terminplan sind offen. Stellwagen, Dampftram, W. zur Verbindung in Richtung Wien dienten damals sogenannte Stellwagen. Das waren Pferdewagen, die an festgelegten Standorten warteten, bis mehrere Fahrgäste zum vorgesehenen Fahrtziel beisammen waren. Und erst dann los fuhren, die 1887 erbaute Linie Hietzing-Ober-St. Veit des ab 1888 als Dampftram-W-Gesellschaft firmierenden Verkehrsbetriebs, die die Hietzinger Hauptstraße fast in voller Länge befuhr, war demgegenüber ein enormer Fortschritt, die Dampftram W. verkehrte von 7 bis 21,30 Uhr alle 30 Minuten in Unter-Sankt. Veit befand sich ein Stationsgebäude. Von hier fuhr man 1901 in sechs Minuten nach Hietzing. Straßenbahn Die Gesellschaft verkaufte die Linie 1907 an die Stadt Wien. 1908 wurde sie elektrifiziert, die neue elektrische Linie 58 fuhr dann bis 1914 bis Obersankt. Veit Um das ständige Kreuzen der Verbindungsbahn durch die Straßenbahn zu vermeiden, wurde die Linie 1914 geteilt. Vom Stadtzentrum bis unter Sankt. Veit fuhr der 58er, jenseits des Bahnschrankens wartete der 158er zur Weiterfahrt nach Obersankt. Veit Zu Kriegsende 1945 fuhr der 158er bis 19. Februar der 58er bis 13. März. Dann war der Betrieb hier bis inklusive 13. September eingestellt. Die Linie 158 verkehrte zum letzten Mal am 27. Juli 1958 und wurde am nächsten Tag durch eine Autobuslinie ersetzt. Die Linie 58 hatte ihre Abfahrtsstelle im Stadtzentrum seit jeher am Burg Ring. Wegen des Baus der U-Bahn-Linie U3 unter der inneren Maria-Hilfer-Straße musste die Schleife in den späten 1980er Jahren zum Dr. Karl Renner Ring verlegt werden. Nach Fertigstellung dieses Abschnitts der U3 wurde die 58er Strecke am 4. September 1993 auf den Abschnitt Westbahnhof unter Sankt. Veit verkürzt. Stadtbahn U-Bahn 11 Jahre nach der Dampftramwe wurde am 1. Juni 1898 die Wiener Stadtbahn im Abschnitt Heiligenstadt-Gürtellinie obere Wien-Tallinie Hütteldorf-Hecken eröffnet, die direkt am Wien-Fluss entlang führte. 1899 konnte man auf der unteren Wien-Tallinie die Station Hauptzollamt nahe dem Stadtzentrum erreichen. 1901 war auch die Donau-Kanallinie nach Heiligenstadt im Norden Wiens fertiggestellt, auch die Stadtbahn wurde mit Dampfloks betrieben. Die Fahrzeit von unter Sankt. Veitbaumgarten zum Karlsblitz oder zum Westbahnhof betrug 1901 20 Minuten, zum Hauptzollamt 25 Minuten. Nach mehrmaliger Einstellung des Personenverkehrs im Ersten Weltkrieg wurde die Fahrgastbeförderung am 8. Dezember 1918 wegen Kohlenmangels endgültig eingestellt. 1923 wurde von den Bundesbahnen ein bescheidener Betrieb wieder aufgenommen, 1924 pachtete die Stadt Wien die Stadtbahn, elektrifizierte sie und eröffnete sie am 3. Juni 1925 wieder. Ein voller Erfolg wurde die Stadtbahn mit der Einführung eines Tarifverbundes mit der Straßenbahn am 20. Oktober 1925. Auch die Stadtbahn war zu Kriegsende 1945 vorübergehend eingestellt. Am 20. Dezember 1981 wurde der Abschnitt Hietzing-Hütteldorf als letzter der Linie U4 auf den heutigen U-Bahn-Betrieb umgestellt. Die Station hieß schon um 1960 nur mehr unter Sankt. Veit, das am nördlichen Wien-Fluss-Ufer liegende Baumgarten, Teil des 14. Bezirks wurde nicht mehr erwähnt. Brücken Die ältesten Wien-Fluss-Brücken am nördlichen Rand von unter Sankt. Veit waren zwei 1860 eröffnete Verbindungsbahnbrücken, die westliche im Gleisbogen nach Hütteldorf, die östliche im Gleisbogen nach Penzing. Sowie eine 1878 gebaute Holzbrücke in Verlängerung der heutigen Sankt-Veit-Gasse zur heutigen Zehnergasse in Baumgarten. Der Wien-Fluss wurde 1895 bis 1903 reguliert. Im gleichen Zeitraum wurde die am südlichen Flussufer verlaufende Teilstrecke der Wiener Stadtbahn gebaut. Dies erforderte auch den Neubau aller Brücken. 1896 wurde in Verlängerung der Mantlergasse die Guldenbrücke zur Guldengasse in Baumgarten errichtet. 1898 wurde anlässlich der Eröffnung der Stadtbahnstation unter Sankt-Veit-Baumgarten die benachbarte Holzbrücke bei der Sankt-Veit-Gasse durch die Baumgartenbrücke ersetzt. 1900 wurden die beiden Verbindungsbahnbrücken zwischen Guldenbrücke und Baumgartenbrücke durch Neubauten ersetzt. Für die beiden Straßenbrücken wurde nach 1960 ein Bahnverkehr verordnet. Die Baumgartenbrücke ist Richtung Hardikgasse bzw. Baumgartenbefahrbar, die Guldenbrücke Richtung Hietzinger-Key bzw. unter Sankt-Veit. 2010 wurde als Verbindung von der Fleggasse zur Astgasse im 14. Bezirkeinstieg für Fußgänger und Radfahrer, die Paul-Ammern-Brücke, eröffnet. Interessante Adressen Bei der Suche nach historischen Adressen sind folgende Namensänderungen zu beachten. Becker-Gasse bis 1938 Reichgasse 1938 bis 1947 Gustav-Großgasse Münichreiterstraße bis 1894 Ston Falterallee 1894 bis 1938 Bernbrunn-Gasse 1938 bis 1946 Stuttgarterstraße Stüsselgasse 1894 bis 1955 Leopold-Müllergasse Alle folgenden Angaben mit den heutigen Namen der Verkehrsflächen Auhofstraße 25 Fleggasse, Kremsergasse Früher Areal der Lederfabrik Flesch und ihrer Vorgänger, zuletzt 1940 bis 1995 von der Wurstfabrik Wiesbauer benutzt Die mit ihren 250 Arbeitsplätzen nach in Zersdorf im 23. Bezirk übersiedelte Heute Wohnbebauung Auhofstraße 41 A Bürohaus erbaut 1970 bis 1972 mit perfekter Ästhetik Auhofstraße 76 bis 78 Hügelgasse 2 Moser-Villa erbaut 1900 1931 bis 1964 Wohnhaus des Volksschauspielers Hans Moser 1945 sehr stark beschädigt Heute Botschaft der Republik Aserbaidschan Gedenktafel Auhofstraße 78 A Ecke Hügelgasse Villa 1909 bis 1911 von Karl Witzmann erbaut Auhofstraße Feldmühlgasse Friedrich-Eimann-Waldorf-Schule mit Oberstufen-Realgymnasium Beckgasse 30 Via Langer 1900 1900 Eintel von Josef Pletschnik mit bewusst asymmetrischer Relief-Fornamentik an der Fassade geschmückt Das entspricht der Denkungsart von Antoni Gaudi Elslergasse 9 Villa 1922 von Adolfers erbaut 1984 1985 von Luigi Blau für André Heller umgebaut Elslergasse 26 Villa Fritza Reitler 1922 von Adolfers umgebaut und erweitert Feldmühlgasse 11 Sogenannte Klimt-Villa Letztes Atelier Gustav Klimts 1911 12.1918 Schlichtes eingeschossiges Landhaus mit hohen Fenstern Später aufgestockt und geschmückt Seit 2012 als Klimt-Gedenkstätte zugänglich Fichtnergasse 15 Gymnasium Fichtnergasse Seit 1897 Seit 1919 auch für Mädchen zugelassen Hietzinger Hauptstraße 80 Heute Postfiliale 1132 Wien Anfang 20.Jahrhundert bis in die 30er Jahre Wohnsitz von Prinzessin Elisabeth Marie Auguste von Bayern Tochter von Erzherzogin Gisela und Enkelin von Kaiser Franz Josef I. Seit 1893 mit Otto Seefried auf Buddenheim verheiratet Der alte Kaiser besuchte seine Enkelin hier regelmäßig Otto Seefried war zuletzt in der Ausgabe 1933 von Lehmens Wiener Adressbuch verzeichnet Kupelwieser Gasse 28 Hausstraße 1918 1.918 1.919 von Adolfers umgestaltet La Roche Gasse 2 Siehe Wens Gasse 5 bis 11 La Roche Gasse 3 Haus Scheu von Adolfers 1.912 1.913 errichtet La Roche Gasse 31 Ecke Münichreiter Straße Via Hetzel erbaut 1908 1909 Heimatschutz Architektur unter vollem Dampf La Roche Gasse 35 Villa von Hildegard Boyan Münichreiter Straße 32 Via Weifert 1911 von Karl Witzmann erbaut St. Veit Gasse 10 Haus Steiner 1910 von Adolfers entworfen St. Veit Gasse 25 Don Bosco Haus Jugend und Erwachsenenbildungshaus Der Salesianer Don Boscos errichtet 1984 bis 1987 St. Veit Gasse 48 unter St. Veiter Pfarrkirche Erbaut 1965 bis 1967 auf dem Areal der früheren Kirche Stüsselgasse, Kupelwieser Gasse, Fichtner Gasse, La Roche Gasse Hügelpark rund 8600 Quadratmeter 1894 angelegt Denkmal für den Hortologen Karl von Hügel enthüllt 1901 bzw. 1947 1948 still Stüsselgasse 15 Ecke Kupelwieser Gasse bis 1981 Villa des populären Filmschauspielers Rudolf Prack Wenzgasse 5 bis 11 Gymnasium Wenzgasse Von seiner Gründung 1904 bis 1976 Als Mädchenschule geführt Ältester Bauteil und Eingang La Roche Gasse 2 Infrastruktur In Unter St. Veit besteht funktionierende Nahversorgung In einer Mischung von Filialen Großer Unternehmen und Kleinbetrieblichen Strukturen In den letzten Jahrzehnten sind einige Veränderungen eingetreten 1995 wurde der einzige verbliebene Industriebetrieb des Stadtteils eine Wurstfabrik in einen anderen Bezirk verlegt Zwei Lebensmittelgeschäfte und zwei Fleischhauereien wurden von drei Supermärkten abgelöst Die einzige Buchhandlung des Bezirksteils wurde 1998 geschlossen Zwei typische Wiener Gasthäuser wurden von einem chinesischen und einem türkischen Lokal abgelöst Zwei Installateure gaben auf einer bedient seine Kunden nun von Tolnabach in Niederösterreich aus 2008 wurde ein Fitnessstudio eröffnet Ein Juweliergeschäft geschlossen Die einzige Trafik des Grätsels wurde um 2010 geschlossen 2013 wurde die einzige Bankfiliale in Unter St. Veit geschlossen Im Herbst 2014 wurde am gleichen Standort eine Filiale einer anderen Bank eröffnet Statt früher einem bestehen nunmehr drei Optikergeschäfte Hinzugekommen sind außerdem ein Computerfachgeschäft, ein zweites Reisebüro, ein Fachgeschäft für Heilbehelfe und ähnliches und ein T-Salon Persönlichkeiten Hildegard Burjan, Sozialreformin, wohnte 1925 bis 1933 in der La Roche-Gasse 35 Friedrich Zerh, Komponist, wohnt in der Kurpelwieser-Gasse André Heller bewohnte in den 80er und frühen 90er Jahren des 20. Jahrhundert eine Villa in der Elsler-Gasse 9 Ernst Heussermann, Burgtheaterdirektor, wohnte einige Zeit in der Auhofstraße 84 im Villen-ähnlichen Direktionsgebäude der ehemaligen Bossi-Fabrik Ehe diese modernen Wohnblocks Platz machte, Josef Olaubeck, Polizeipräsident, hatte seinen letzten Wohnsitz in der La Roche-Gasse 14 Gustav Klimt, Maler, Adolf Loss-Architekt, entwarf mehrere unter Sankt Feiter Willen, Hans Moser, Volksschauspieler Rudolf Prag, populärer Filmschauspieler, hatte seine Villa bis zu seinem Tod 1981 in der Stößel-Gasse 15 Franz Schalk, Operndirektor, wohnte um 1905 bis 1910 in der Hügel-Gasse 10 Franz Schmidt, Komponist, wohnte 1912 bis 1922 in der Elsler-Gasse 26 Klaus Wildbolz, Schauspieler, wohnt in unter Sankt Veit Ludwig Wittgenstein wohnte im Herbst 1919 kurze Zeit bei Familie Sjögren in der Sankt